Du weißt, wenn du vor ihm stehst, dass für ihn das dann links ist. Ja, das wäre eigentlich egal gewesen in dem Zeitpunkt. Hauptsache ablenken, damit du ihn töten kannst. Ja, sicher. Hallo, Ablenkung ist alles. Ja, sicher. Hasse Freifahrer, ich hasse es einfach noch. Doch, richtig geil. Visionsstil eliminiert alle zahntlichen Einheiten. Ach so, was ich sagen wollte. Ach so, was ich sagen wollte. Ich habe versucht direkt zu editieren. Über den absicherte Modus. Ginge auch hin, ne? Okay, dann musst du über Kommandozahlen das editieren. Das geht auch. Was bitte? Ich sagte ja. Ach so. Weil ich musste ja im Prinzip... Warte mal. Ich muss ja nur den Wert wieder eintragen irgendwie. Richtig. Du musst den Wert von 0 auf 1 nur wieder editieren, mehr nicht. Oder überhaupt nicht. Oder überhaupt nicht. Wenn er hinten steht. Der wird einfach nur die Aktivitäts eingestoffen. Oha! Da habe ich gleich zwei. Ich glaube ich spinn. Aber mir fällt gerade ein, ich habe jetzt eine mega fette Kiste. Da könnte ich ja eigentlich mal ein... Sprich ruhig. Nein! Na fuck! Das wäre mal was. Ja, und dann habe ich eine Sandbox, weißt du? Ja. Also dann Sandkasten. Richtig. Dann fühlst du dich wie Meinschaft. Nimmst du eine Schaufel, gehst du eine Runde fahren. Dann kann ich das natürlich richtig schön in aller Ruhe hier am Rechner zerrücken. Nachforschen. Was hat er geändert? Ich boxe von den Headshots oder du schieße ihn hin. Eh, eh, eh. Rost rein und da ist ein Headshot. Klar. Ganz normal. Das finde ich bei den Spielen ein bisschen doof. Äh, wenn du... Spiel mal Battlefield 3 oder Battlefield 4. Das ist die Fall. Ja, weil das einfach... Weil das einfach... Da muss jeder Schuss sitzen. Ich merke das ja aber, wenn ich auf der Xbox Battlefield 3 spiele. Mensch, da habe ich mir am Anfang extrem schwer dann, bevor ich so... Bevor ich besser geworden bin. Also da habe ich mich geärgert, dass ich mir das Spiel überhaupt gekauft habe. Weil ich treffe überhaupt nichts. Okay, dann ist es wohl eher die bessere Wahl für dich. Boah... Boah... Seid doch doof, Alter. Nein! Geil, Mann! Das ist doch doof. Hammer. Hier wird beide da reinkupft. Ja. Alle beide hupfen. Ja, das läuft doch. Kracher for crazy. Windows 7 bringt doch eigentlich so... 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 das muss man irgendwo nicht haben. Ja... so... 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 da sollte das mit drin sein sowas. Komm, die ist ja Lappen von der Seite... Der Lappen?! Der Lappen räumt jetzt mal auf. Pass mal auf. Rzz... und ich bin schon der erste ab! War das nur von Windows 7. Doch. Was war das denn für ne Waffengeräusche? Ja, das war grad mein... Ja... Ja, ne Imba-Waffe. Pistoll. BITTONILS! Alter, was war das? Ja, mein Minus-9-Pistoll. Jawohl, erstmal vercampen. Das heißt, er vercampen, ich muss nachlaufen, du Arschler. Ja, und ich hab auch noch mal zwölf Schuss drin gehabt. Der Dumme steht in der Ecke. Halt rein. Ja, sicher, ich muss doch... Ja, komm. Ihr campt doch alle. Nein, das ist taktisches Warten in dem Moment. Schon wieder diese Fuck-Hit-Box, Alter. Wir müssen Skill bearbeiten. Ey, ich bin ja grad die Spawn-Banker für mich, aber es gibt gar nichts. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH Das kann nicht angehen. Das kann nicht angehen. Das ist einfach... ...Kill-Modus on, Alter. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. 3 Kills sind dann an. Na ja, wenn dann richtig. Lebox räumt jetzt auch. Ja, wie geht das auf Kickstarter zu spielen? Kann ich so nicht verlieren. Wo war das? Ach, da war's drin, verdammt. Egal, ich krieg auch noch überholt. Hä? Dome. Hast du uns irgendwas zu sagen? Hä? Du kommst schon schießend um die Ecke. Ja, mein Gott, ich hab gesehen, wie ich reingegangen bin. Da hab ich schon mal verrückt, weil der Penner da drin irgendwie nicht auf mich reagiert hat. Und ich halt immer rauskriege. Der sieht mich nicht. Der tut immer so, als wenn ich nicht da wäre. Ja. Auch sehr cool. Da hab ich ihn gar nicht töten. Alter. Von wo, Mann? Fuck, Alter. Wenn dann wird... Ja. Ich kann mich hier nicht entscheiden, Mann. Genau. Wollte einen crazy töten. Ich steh' davor. Links, rechts, links, rechts. Er tut, egal. Boah, du bist voll da reingesprungen. Geil. Dankeschön. Boah, ein Dommelf hängt ja irgendwo in der Ecke. Boah, ein Dommelf hängt ja irgendwo in der Ecke. Ja, ich war am Nachladen. Ja, nichts nachladen. Gibt's nicht. Du musst nur Recall machen, Alter. Sonst gibt's das. Recall? Ich mach dir gleich mal ein Recall. Boah, fuck, Alter, ich häng dir an der Keg. Bist du, wie das ist? Hast du hier mit 8 Lehm rollt sogar, ja? Ich will. Ich toll. Beide umgenutzt? Ja, weil ich 8 Lehm hatte. Geil. Ist egal. Ist nicht wie ein Neuerster. 3 HP. Ja, ich hab 3 HP gehabt gerade. Wolf, bei dir? Ja. Ah, an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Mike. Ich wünsche ihm viel Glück bei seinem LS-Projekt. Die Meta wird keiner mehr Kontakt. Hast du Stoic gehabt ein LS-Projekt? Wuh! Der Ernst? Ja. Ja, sicher. Ist ein Idiot. Toll. Nein, das ist Mike. Oh Gott, Hans war noch nie. Telephone! War nicht so schlau von dir gerade, ne? Santa, komm mal ein Stück zurück. Boah, fuck, Alter. Gott, ich bin der Mann zu Mike. Ja, Kilo-Brain zu Mike. Ja, wir können ja Phoni mal, wenn Phoni mit uns gut ist. Ja, wir sagen einfach, das wäre unser... Wir können einfach mal ein bisschen da rüberschicken. Das wäre unser offizieller neue TS. So, danke Mike. Wir haben jetzt den zweiten Ausweg-TS. Oh, das wäre genial. Nein, was machen wir nicht? Wegstopp, schäpe auch noch mit. Ja, ich bin ja. Wegstopp. Viel Fläche. Das ist anstrengend, ey. Die hören sich den an und drehen wieder. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab kein... Verdammt. Das ist... Der Spawn... Jetzt sag ich wieder... Boah, was war das halt? Eine halbe Stunde warten, bis ich Spawnen darf. Ja, ich drück einfach auf Leertaste. Ja. Der hinter eine Ecke, will er mich veralbern, oder was? Ich kann mal... Man, ich hate das, Alter. Aber eventuell könnten wir auch noch... War King auch noch mit Schämen. Oh, 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 oh. Ja, wenn War King mal kommen, wieder nach seiner Gallen, dann... Ja, erstmal selber umbringen. Ja, der kommt, können wir also nicht mehr. Der kommt doch nicht mehr nach der Entfüllung. Was? 50 Assis? Nach der Entfüllung, was ich da rausgeschmissen hab. Das schnappt der mir nicht. Oh, ich bin 20. Was? Oh, oh. Santa rechts und rechts. Ich bin 16. Schönen Santa ablenken. Santa, guck mal nach rechts, damit du ihn töten kannst, ne? Du weißt, wenn du vor ihm stehst, dass für ihn das dann links ist. Ja, das ist mir eigentlich egal gewesen in dem Zeitpunkt. Hauptsache ablenken, damit du ihn töten kannst. Ja, sicher. Hallo, Ablenkung ist alles. Ja, Sushi, Alter. Ich weiß, der ist, wo der gemeint hat, der Bauer King, er ist 20. Und ich hab den da so zusammengeschrien, du. Oh, ja. Er hat nicht nachgeladen, ich hab vorher so viel nachgeladen. Kommt dieser scheiß Playbox um Sack. Der scheiß Playbox? Hallo, was? Wie redest du mit mir? Was hab ich dir getan? Weck die Möglichkeit hier, ist eine Sprechheit. Die scheiß Box kommt um hier. Scheiß Box, ja. Die scheiß Playbox. Immer diese scheiß Box, Alter. Die was? Was? Mach Box. Was soll das denn, Alter? Mal sterben. Ja, aber noch einer, verdammt. Ich hätt' dich noch getötet. Nächstes Mal stellt euch bitte an, ja? Nein. Also auch in einer schönen, alle im Intervall von zweieinhalb Sekunden um die Eck kommen. Nö. So, einmal kurz zum Nachladen. Nochmal eineinhalb Sekunde. Hä? Warum hast du nicht... Ich hab' dich nicht auf der Karate gesehen. Alter! Boah! Machst du mit mir! Alter! Wär... Crazy! Kann man mit der Ecke! Oh! 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 Nein! 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 Er überholt mich! Verdammt! Dann holst du uns alle noch ein, was? Nicht jetzt noch! Was soll das? Oh mein Gott, jetzt muss ich aufholen. Jetzt wär' gern noch so'n Triple Kill. Könnt ihr für mich einen Triple Kill? Oder doch? Das wär echt sehr nice, ja. Braucht ein Triple Kill? Ja... Ich brauche einen einzelnen Kill, das wird mir schon reichen! Ja, das schaffst du auch nicht, oder? Nein! Oh, nö! Jetzt reicht er lange nicht mehr, scheiße! Das schaffst du nicht mehr. Egal! 22,19. Egal, YOLO. YOLO? Egal!